so leute heute machen wir uns mal ein paar schöne schweinesteaks in der pfanne so schaut mal da ist auch noch was vorbereitet hat meine frau also vor zwei drei stunden eingelegt die wird euch jetzt mal erklären was sie da alles reingesaut hat also ich habe die schnittel habe ich geschnitten dann habe ich zwiebel geschnitten knoblauch geschnitten dann habe ich sie eingelegt in olivenöl in knoblauch in krümmel mit salz zwei stunden und dann jetzt schön braten und dann das riecht und schmeckt wunderbar mehr habe ich dazu nicht zu sagen ihr müsst ihr es mal da sagen das stimmt es riecht super gut muss ich euch sagen kein geruchs video machen können also wirklich so und dann gehe ich mal weiter jetzt gehe ich mal zu unseren anderen hausbewohnern mit schaut mal die schockt auch schon wieder dort warten auf das was da kommt so ich bedanke mich fürs zuschauen und schüster mal schauen wir noch mal hin dass er auch appetit kriegt dankeschön